Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Zunächst einmal soll es um die Auflösung der Aufgabe vom letzten Mal gehen. Ich rufe die Aufgabe direkt einmal auf. Das wäre eine Aufgabe und zwar hatten wir ein Array definiert mit 10 Integer-Werten von 0 bis 9. Und dann gab es hier diese 5-Zeilen-Code zur Aufgabe und du solltest dir mal überlegen, was denn überhaupt diese 5-Zeilen machen, bevor du dir das dann entsprechend ausprobierst. Ich gehe mal direkt in den Compiler und wir gucken uns das mal an. Also wir schreiben erst einmal die Adresse des Arrays in den Pointer, sodass der Pointer letztendlich auf den Anfang des Arrays zeigt, auf das erste Element. Hier oben haben wir das Array definiert. Das sind entsprechend 10 Zahlen von 0 bis 9 und der Pointer zeigt letztendlich auf das Array. Und dann gehen wir in die Vorschleife, die wir dann 10 Mal durchlaufen, von 0 bis 9 und da machen wir folgendes. Wir nehmen den Pointer, E-Pointer und schauen nach, was denn in dem Feld, auf das der Pointer zeigt, steht und geben das letztendlich mit Printf aus. Und anschließend inkrementieren wir den Pointer. Das heißt, der Pointer zeigt dann anschließend nicht mehr auf das erste Feld, beziehungsweise 0. Feld, sondern letztendlich auf das Feld danach. Das heißt, beim zweiten Umlauf zeigt der Pointer auf die 1, also auf das zweite Feld. Und diese 1 wird letztendlich ausgegeben, anschließend wird der Pointer inkrementiert, zeigt also ein Feld weiter und so weiter. Ich rufe das Ganze mal auf und das, was wir erwarten, schiebe das Ganze mal auf den Emulator. Und das, was wir erwarten, das sehen wir gleich auch, ergibt im Prinzip die Zahlen von 0 bis 9 aus. Okay, das sollte es schon sein für die Aufgabe vom letzten Mal. Man kann mit den Pointern natürlich noch erheblich mehr machen, auch Spielereien machen, wo man einfach mal ausprobiert, was man mit den Pointern so machen kann. Beispielsweise kann ich mir auch mal eine Adresse ausgeben lassen. Also ich definiere in dieser Funktion main mal einen Pointer in eine Variable, ich nenne die mal m und kann jetzt beispielsweise diesen Pointer mal auf die Adresse von m zeigen lassen. Und dann kann ich mir den Inhalt des Pointers auch mal ausgeben lassen, das mache ich mal mit printf. Und um einen hexadezimalen Wert ausgeben zu lassen, nimmt man ein x und ich nehme mal einen Zeilenumbruch. Und um aus dem Pointer letztendlich einen darstellbaren Wert zu machen, mache ich ein Casting. Das heißt, ich ändere das Format des Pointers quasi in ein unsigned Integer und gebe dann aus ePointer. So, Klammer zu und Semikolon. Der Semikolon ist zu früh. Okay, das Ganze kompiliere ich mal. Und schiebe das Ganze mal auf den Emulator. Und starte das Ganze mal. Okay, ich habe es mal gezählt. Und davor hat er letztendlich die Adresse der Variable m. Nun ausgegeben. Das ist hexadezimal 22. Das können wir uns nochmal anschauen. Und wir sehen, also wir nehmen die Adresse von m und schreiben die letztendlich in den Pointer und geben dann die Adresse von m quasi aus. Was man jetzt machen kann, man könnte zum Beispiel auch hingehen und könnte sagen, ich schreibe mal knallhart eine 22 in den Pointer. Und schreibe jetzt beispielsweise in den Inhalt dieser 22 schreibe ich mal eine 100. Und gebe jetzt einfach mal aus printf m ist gleich und dann %d backslash. Und jetzt gebe ich einfach mal die Variable m da aus. Kompiliere das Ganze einmal. Okay, da fehlt dann n. So soll das sein. Kompiliere das Ganze jetzt einmal. Okay, ich halte das Ganze mal auf den Simulator. Und wir gucken mal, was dabei rauskommt. Und er sagt tatsächlich m ist gleich 100. Das ist eine Sache, die man in C machen kann, die man aber in der normalen Programmierung nicht machen sollte, weil man dort nicht einfach auf harte Adressen schreibt. Weil der Compiler kann sich auch mal anders entscheiden und kann die Variable m, hier unten die Variable m, auch mal auf einen anderen Speicherplatz schreiben, als gerade die 22. Und dann funktioniert das ganze Programm natürlich nicht mehr und dann schreibt man den Wert 100 vielleicht irgendwo ganz anders hin, irgendwo mitten in eine andere Variable, noch gefährlicher. Vielleicht sogar, wenn man eine ganz falsche Adresse dort nimmt, irgendwo in den Code rein. Das heißt, man überschreibt den eigenen Code. Das läuft das ganze Programm nicht mehr. Also man sollte sowas nicht machen. Man kann natürlich aber dadurch mal, will ich mal solche Sachen ausprobieren, mal sehen, ob man das mit den Pointern richtig verstanden hat, mit den Adressen richtig verstanden hat. Also als Spielerei ist sowas durchaus mal machbar, um einfach mal zu gucken, ob das Verständnis auch für dich für solche Dinge da ist. Das war's. Vielen Dank.